Ey, dieses Voice Over mache ich zum zehnten Mal, weil ich mich immer verspreche. Ich habe so eine komische Lampe aus dem Müll gefischt, die habe ich erstmal sauber gemacht, dann habe ich sie abgeschliffen, die waren nämlich ollen kaputt, ich wollte die abcyceln, dann habe ich die mit schwarz angesprüht, also den Fuß, dann habe ich mich um den Ständer, äh, Schirm gekümmert, äh, der war irgendwie ollen ranzig, deswegen habe ich das Stoffzeug abgemacht und dann habe ich das erstmal schön in ein Farbbad reingegeben, dann habe ich das wieder aufgezogen auf nass und dann habe ich es alles trocken geföhnt und dann habe ich das Ding wieder zugenäht, weil das war halt, ich musste da irgendwie was aufschneiden, damit ich das abbekomme, beste Leben, dann habe ich mit Heißkleber das alles noch repariert, was schon abgegangen ist, super toll und dann habe ich nur noch einen neuen Stecker dran gemacht, beste und das war das vorher und das ist das supertolle Endergebnis und ich mag es ziemlich gern, es ist sehr retro, sehr irre, sehr geil und ich hoffe, euch gefällt es auch, danke, tschüss!